US-Präsident Obama hat einen Wahlkampfauftritt bei MTV gemacht, dem hippen Musiksender. Angeblich war es gar nicht einfach für ihn. Das ist verständlich. Die MTV-Zuschauer nehmen einen Typen nur ernst, der ein paar Kettchen umhat und einen protzigen Pelzmantel und irgendwie auf Boss macht. Jetzt wissen sie, dass ein echter Boss sich gar nicht so aufführt. Er hatte auch keine fetten Beats untergemischt. Den Zuschauern, denen er gefallen hat, müsste man jetzt noch erklären, dass sie noch zur Wahl gehen müssen und dass die Wahl nicht schon darin bestanden hat, nicht wegzuschalten. Vielleicht war der Auftritt doch mehr eine Bewerbung, als MTV-Moderator übernommen zu werden. Morgen geht's weiter.